in die sicherheitszone über euch auf dem dach ist ein ganzes team ja mein gott das will ich sag euch wenn ihr auf die brücke kommen das war das für welche alter für mich war letzte runde ja ich gehe auch raus was waren das für welche alter weil die banditos dann mache ich echt video ich bin mir nicht sicher aber da sind noch welche glaube ich bei den containern ist einer wenn laufen ich guck links ja gut Oh mein Gott! Lass mal einer! ich bin gesnipet worden von ihm ich habe es geschafft ich komme wieder geht zu meinen sachen ich habe hier drin hinten raus er ist oben auf dem ding über die mauer der andere kommt auch erledigt erledigt noch ist der andere der andere ist auch noch das war sie noch stadt und ist ship break der ist nach links gelaufen links rein in den eingang links hier beim hintermarkt absolut aber da ist noch einer links der snipet wir werden wieder von irgendwo an gesnipet ja ganz oben dass sie mit ihm wegfliegen können unter der brücke gegenüber haben sie pizza benutzt unter der brücke läuft er die sind aber von hinten angesnipet ist unser k.o. gefinisht volkan ich smog dich sicher bleiben als bei dir an der mauer runter ich glaube schon ja g-brick wir haben die kohle die schalten wird und alle dort eine geht noch nicht ich lade noch mal auf die sind noch links gegangen glaube ich alle ist nur einer ja dann ist er links bei dir alternativen der kommt hier ja ja stark jungs hier kommt ein tanz mit dem teufel ihr habt ihn überlegt so gefällt mir das zeit für die bewertung nachlässigkeit ist verstanden ist egal nicht so schlimm perfekt also was macht was sagt man dazu schau ich spiel ja 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 ja